so herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren video bei puroshock und zwar heute mal die crazy chicken oder auch wriggle wriggle von weko ist ein klasse 1 artikel sind drei fontänen wenn man sie so nennen kann in einem blister und sind dreifach nummeriert crazy chicken 1 2 und 3 und ja wir werden jetzt einfach mal zünden wir fangen an mit dem 1 witziger artikel am ende belässt sich noch ein luftballon auf der wahrscheinlich ein ei symbolisieren soll wir machen einfach mal weiter mit nummer zwei hey der gute luftballon und nummer dreimal hinterher sehen ganz lustig aus dass wir den luftballon ist so neu beziehungsweise wie gesagt die gibt es noch als wriggle wriggle ausführung von leslie ganz nett aber ob man sie sich jetzt kaufen muss weiß ich nicht vielleicht für wirklich kleine kinder aber naja so